Bist du spontan? Manchmal. Manchmal. Ich hätte noch eine spontane Idee. Heute ist nämlich Weltmännertag und wir haben einen Text gedichtet für die Frauen in unserem Team. Machen wir das? Okay. Alright. Los geht's. Janet's all we need. A little bit. Maggie posts the feed. A little bit. Anja makes things run. A little bit. Sarah makes jokes fun. A little bit. Lilla on the screen. A little bit of them makes us a team. Alright. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle Frauen im Team. Das war die Mondstadtshow für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis dahin. Bleibt geütet. Danke! H-Wap-Wap-Wap. No, we do it. Hup, 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 hup. A little bit of Moonshine show tonight. A little bit of hempen, but I'm by a sign. A little bit of Jesus everywhere. Amen. A little bit of beans like I just don't care. A little bit of Juju, here I am, he comes to get to our God. Ja, ja, ja. Danke! Danke! God bless! God bless!